Ich habe eine Diagnose. Ich bin psychotisch. Also psychotisch. Ja, psychotisch. Ich habe schizoaffektive Psychosen aus dem schizophrenen Frauenkreis. Und ich sage euch Leute, das ist total uncool, das zu haben. Also Depressionen sind ja mittlerweile im Wug, aber Psychosen überhaupt nicht. Das ist gesellschaftlich gesehen schlimmer als Krebs. Also man stirbt nicht daran. Sorry, aber so sehe ich das. Aber Psychosen, das will niemand. Das will niemand wissen. Das will niemand haben. Darüber spricht niemand. Und ich habe überall Hausverbot. Also das Einzige, was den Leuten zu mir einfällt, ist, mich überall rauszuschmeißen. Und jetzt sitze ich halt hier alleine zu Hause vor meinem Computer. Und ich spiele gerne Gitarre. Und ich singe gerne. Und ich habe Psychose. Und komischerweise der Einzige, der irgendwie mit mir abhängt ist, irgendwie hört sich jetzt schräg an, aber der Einzige, der irgendwie online noch mit mir abhängt, ist Farin Urlaub, der Gitarrist von den Erzten. Und ja, also ich habe jetzt irgendwie entschieden, öffentlich darüber zu reden. Ich will jetzt einen Blog machen. Psychose-Blog. Weil ich finde, dass das halt total ungerecht ist, dass Leute, die diese Erkrankung haben, so derbe stigmatisiert werden. Also irgendwie, dass jemand sagt, okay, sie ist krank oder so. Das sind wirklich nur die engsten Freunde. Und da sind nicht mehr viele übrig geblieben, sozusagen, die das mittragen, die mit mir herumhängen. Und ich sag mal, wenn ich nicht online hier mit Farin ständig abhängen könnte, dann wüsste ich schon lange nicht mehr, wie ich meine Zeit gestalten sollte. Also, Psychosen, meine Psychosen, die habe ich seit 1997, war ich zum ersten Mal deswegen im Krankenhaus. Und das sind jetzt 25 Jahre oder so. Und ich bin halt nicht immer voll zurechnungsfähig. Also, wenn ich meine Tabletten absetze, dann labere ich scheiße oder gehe Leuten total auf die Nerven oder so. Und was eigentlich allen dazu einfällt, auch den Leuten aus der Lenknesszene ist mich einfach nur rauszuschmeißen. Mit mir will eigentlich keiner irgendwas zu tun haben. Und ich meine, über Depressionen wird da mittlerweile so ein bisschen gesprochen irgendwie. Oder ADHS oder so. Das ist ja irgendwie schon cool oder gehört schon zum guten Ton. Aber wenn man so richtig psychisch krank ist, so wie ich, das will eigentlich niemand.